Herzlich Willkommen zurück hier. So, wir spielen Sniper Elite 3. Ja, hier ist wieder euer Exeblei und wir wollen direkt das Spiel vorsetzen, ne? So, wir sind hier quasi in dieser Position, wo wir eigentlich alles schauen. Jetzt wollen wir aber doch noch schneller. So, wir haben hier keine weiteren Gegner und wir schleichen uns quasi hier mal durch dieses kleine Loch und hoffen, dass nicht gleich hier irgendwelche Gegner um die Ecke schleichen. Alles ruhig, so wie es aussieht. Dann können wir mal wieder in eine andere Position gehen. Wir sehen hier wirklich gar nichts gerade. Wir wissen nicht, sind hier noch Gegner, sind hier keine Gegner. Wir haben keine Ahnung. Aber wir können jetzt mal... Ne, das scheint hier alles ruhig zu sein. Oh, da ist einer. So. Wir sind im Dickicht und er sieht uns nicht. Das ist natürlich gut. Wenn er uns nicht sieht. Das heißt, er macht wieder die Kehrtränder. Und wir schauen nach weiteren Gegnern. Ah ja, hier vorne ist schon der Nächste. So. Ein weiterer markiert. So. Machen wir mal hier. Machen wir mal hier um die Ecke schauen, nicht dass da eine böse Überraschung kommt. So, und? Sie sollte die Leichen aus dem Weg schaffen. So. So, halten. Ach so, Moment. Stopp. Stopp. So. Was ist denn jetzt los? Ah ja, okay. Da wäre ich ganz schön schwer. Das ist so ein Schwergewicht. Ich gehe jetzt hier erst mal so ein bisschen... ...über hier mal ins Dickicht. Ich hoffe, dass da wirklich keine Gegner mehr da hinten sind, wo ich gerade hergekommen bin. So. Jetzt kann ich mal ein Fernglas rausholen. Alles im grünen Bereich, so wie es aussieht. Hier haben wir nochmal einen Gegner. Ich versiege uns aber gerade nicht. Ich lege ihn jetzt hier wieder in die Hocke. Wieder ins Dickicht rein. Ich versiege uns jetzt nicht. Das wäre nämlich ungünstig. So. Dann wollen wir uns mal da hochziehen. Okay, da läuft es da runter. Moment mal. Wir machen das anders. Wir schauen hier mal aus dieser Position. Okay. So wenig Gegner, das kann ich mir ja fast nicht vorstellen. So. Schade, dass ich mich nicht irgendwie verkleiden kann oder so. Ist da hinten noch ein Gegner? Nee. Da hinten ist kein Gegner. Da läuft der Typ rum. Da läuft seine Art Patrouille oder so. So. Boah. Super. Dann haben wir den nächsten losen Weg geschafft. Ah ja. Da hinten ist einer. Dann wollen wir doch gleich mal hier den nächsten markieren. Hier sehen wir jetzt nichts, was uns irgendwie weiterbringen könnte. So. Wir müssen hoffen, dass jetzt hier irgendwelche bösen Überraschungen kommen. Da oben ist ein Aussichtspunkt. Da oben ist ein Aussichtspunkt. Da oben ist ein Aussichtspunkt. Oh. Was ist das gerade aus hier? So. Wir müssen da auf jeden Fall aufpassen. Das wird nämlich nicht so ganz einfach, ne? Die Gegner, die ich nicht markiert habe, die sehe ich natürlich auch noch nicht. Aber da oben ist einer. Ach, verdammt. Da ist er natürlich wieder in der Position, wo ich ihn nicht sehe. So beschissen, ne? Okay, dann gehen wir mal. Ah ja, da ist er jetzt wieder. Das heißt, jetzt müsste ich ihn sehen. So, jetzt habe ich ihn markiert. Zwei Markierungen habe ich jetzt quasi. Jetzt gehen wir wieder in die Hocker, natürlich. So. Wir sehen hier wirklich keine Gegner. Da hinten läuft der Offizier. Naja, gut. Ja, Suchscheinwerfer. So. Der Kerl am Suchscheinwerfer muss weg. Durchschalten steht da dran. Der aktivierte Suchscheinwerfer. So. So, das heißt im Prinzip. So, das heißt im Prinzip. Okay, wir müssen den Scheinwerfer ausschalten. Wollen wir aber erstmal dahinter gehen und den anderen Typ hier ausschalten. So. Wir gehen mal kurz die Leiche noch untersuchen. Vielleicht finden wir ja irgendwas Sinnvolles. Okay, das ist vielleicht nicht gerade so ungefährlich, was ich hier gerade mache. Und ich glaube, ich gehe mal da hoch, diese Position hier. Ich hoffe, dass ich jetzt natürlich voll und ganz, dass ich jetzt hier nicht entdeckt werde und trotzdem hier hoch kann, ne? Jawohl. Nein, ich kann nicht da hoch. Das ist doch kacke. Okay, ich brauche mal kurz die Map. Wien komme ich da hoch? Wo ist... Ah, super. Ich muss quasi außenrum und die zwei Gegner aus dem Weg räumen. Hier, so habe ich die Situation. Ja, stopp mal. Gleichmodus natürlich. Oh, da vorne ist nochmal einer. Wollen wir doch gleich nochmal markieren, ne? Ja. Super. Und hier entlang, hier entlang, so, jetzt sind wir hier in einer schönen Spähposition. Aber wir sehen keine weiteren Gegner. So. Da ist nochmal ein Gegner, den habe ich jetzt auch markiert. Das ist noch der wenigste Gegner. Die sich hier erstmal den ausschalten. Komm. Ah. Und? So. Ich habe einen Leichnam gefunden. Wir stehen unter Beschuss. So. Der ist erledigt. Und jetzt habe ich natürlich meine... Ah, das ist doch kacke. Ich muss jetzt erst mal hier ein bisschen aus der Deckung raus. Wieso? Jetzt habe ich natürlich wahrscheinlich meine Markierungen verloren. Nein, die Markierungen sind noch da. Aber der ist auf jeden Fall einer, den ich noch nicht in der Markierung drin habe. Der steht hier vorne. Komm, zeig dich. Komm vor. Sehr schön. Da habe ich nämlich den nächsten. Und da oben habe ich einen. Da oben habe ich nochmal einen. So. Warum kann ich den da oben nicht markieren? Das würde ich gerne mal wissen. So. Vielleicht muss ich ja näher hin, damit ich den richtig sehe. Das kann natürlich auch sein. Das heißt, ich schleiche mich jetzt wieder hier vor. Und schau mal, was ich hier dann waschen anlegen kann. Jetzt gehen wir wieder hier her. Und jetzt? Ja, jetzt kann ich ihn markieren. Sehr schön. Vier Markierungen. Und hat ein Gewehr. Und? Ja gut, den habe ich ja schon mal gehört. Das heißt, ich muss jetzt hier einen Gegner nach dem anderen ausschalten. Das ist jetzt ein lauten Huss. So. So. Ich treffe ihn von hier nicht. Soll es aussehen? Gut. Dann schleiche ich mal weiter hier rein. So. Und hier mal unten rum. Okay, das funktioniert so auch nicht. Merke ich gerade. So. Das Angriff kann ich aber auch nicht wirklich machen. Weil. Dann wird es ja hier gleich gefunden. Und ja, ich gehe jetzt einfach mal hier rüber. Und nehme jetzt mal hier. Ja, richtig. Mein Scharfschützengewehr. Weil ich will jetzt hier erstmal diesen Suchscheinwerfer außer Gefecht setzen. Ich habe nicht die richtige Position dazu, um das jetzt so auszuschalten. Das heißt, es ist doch alles, ist doch alles ein bisschen mistig. So war das natürlich nicht geplant. Und das heißt, ich werfe jetzt mal ein Steinchen, ne? Dann lass dich da nicht weglobben, der Pisser. Das war wohl zu weit weg, wa? Ich könnte ja natürlich hier nochmal einmal außenrum schleichen. Aber dann sieht er mich wahrscheinlich. Ja, das ist natürlich doof. Jetzt haben sie wieder die Lerre draus. Hallo. Oh Gott, das ist natürlich scheiße hier. Ach, das ist doch alles mistig gerade. Ich gehe jetzt doch auf die andere Seite rüber. Gefällt mir alles gar nicht. So. Habe ich jetzt eine bessere Sicht? Ne, ich habe immer noch keine gute Sicht. Ich weiß bloß nicht, ob der mich dann auch nicht sieht. Weiß ich nicht. Ah, super. Das habe ich auch noch verbrannt hier. So, das heißt, ich gehe jetzt mal hier rüber. Okay, da hat mich gerade anscheinend einer gehört. Ne? Aber gut, mir geht es wieder gut. Und sagt mein Fenster was. Ich muss doch hier auch nichts anaktieren können. Super. Und jetzt... Kann ich auch da drauf schießen mit der Pistole? Ja, eigentlich ja schon. Also nie so, wie ich das gerne hätte. Okay. Das war wohl nichts. Satz mit X, ne? Okay. Dann machen wir das auf die einfache, fulliminante Art. Und werden jetzt mal hier ein bisschen... Nun scheinen wir dafür ausschalten. Nein, falsche Waffe. Ja, genau. So. Schön beruhigen. Und... Scheinwerfer mal ausschalten. Ich hoffe nur, das war jetzt nicht zu laut. Yeah. Scheinwerfer mit... Mit... Komm, war es hier? So. Und wieder in die Deckung. Das heißt, ich bin wieder im Geister-Modus. Und ich werde jetzt als nächstes... Okay, alles klar. Die haben sich wieder beruhigt. So. Und ich werde jetzt mal den Tipp da oben ausschalten. Oh, das ist da genau das Zelt davor. Muss ich mich hier hochziehen. Ich werde jetzt mal von dieser Position mal... ... wie ein Fernglas ein bisschen Ausschau halten. Bevor ich hier wieder... ...enorm loslege hier. Da hinten ist Ruhe. Ah, guck mal, da ist einer. Entfernung um 20 Meter. Das ist genau hinter diesem LKW. Okay. Da ist erst mal raus. Und ich werde... Nein, ich werde jetzt mal wirklich... ...wirklich ein bisschen rabiater hier jetzt. Über den nächsten hier mal abschalten. So, ein naschendes Slow-Mo wieder. Wie man es gewöhnt ist. Ah, short. So, Kopfschluss. Ich muss wieder in Deckung gehen. Schneller. Ja, weg. Bist du? Ja. Noch ein Stück. Es könnte sich lohnen, ein paar Fallen auszulegen. Ja, es könnte sich lohnen. Ja, aber ich will keine Fallen auslegen. Deswegen warten wir jetzt einfach mal. Oh, ich fülle mal hier schnell... ... das Magazin wieder auf. So. Alles im grünen Bereich wieder. Wir wollen hier Fallen auslegen. Nein. Wir sind ein Schleicher. Wir werden hier keine Fallen auslegen. Wir wollen aber hoch zu dieser Position hier. So. Er läuft natürlich in eine Position, wo ich gar nicht mag. Aber es läuft ja auch runter. Das ist nicht verarschen jetzt. Aber... ... das ist ein bisschen die Fail-Folge des Tages. Entdeckung sagt er. So. Super. Schnell mal hier hinter. Man war natürlich jetzt nicht so... ... der Knuller, was ich jetzt hier gerade getrieben habe. Aber gut. Das reicht erst mal für diese Folge. Das ist so ein bisschen die Fail-Folge des Tages. Aber gut. Wir werden hier beim nächsten Mal dann... ... hoffentlich ein bisschen... ... erfolgreicher weitermachen. Guck mal da an. So. Den nehmen wir noch mit. Und? Wir werden den mal eiskalb abknallen. Ciao. 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 Kopfschauce. Und jetzt muss ich wieder in Deckung gehen. Schneller. Schneller. Hier weg. Oh nein. Okay. Oscar Mike. Super. Jetzt gehen wir hier in Deckung. Und machen hier den Cut. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, zuzuschauen. Bleibt auch beim nächsten Mal wieder dran, wenn es spannend weitergeht mit... ...Sniper Elite 3. Mit eurem Ex-Klein. Ciao. Ich bin Russ. rhymes guy. happy. Ripbeke. Ausatmen. ��면 halt Literally. o In